Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und heute habe ich mal wieder mal ein kleines Gameplay für euch vorbereitet und zwar haben wir heute ein sehr schöner Spiel des Gameplay von einem guten Bäsernfreund, der mich jetzt schon seit gut einem Jahr auf YouTube begleitet. Es ist der Don Camora. Er hat heute ein Gameplay auf der Map Cargo. Er wirtschaftet ein ganzes 14 zu 1. Wer hätte das gedacht? Und heute habe ich natürlich mal wieder ein kleines Gameplay vorbereitet und zwar viele fragen sich immer, wer ich eigentlich bin und aus dem Grund habe ich einfach mal heute ein Video geplant, wo ich einfach mal mit ein paar Fragen aufräume. Die erste Frage. Bist du Drogensüchtig? Nein, ich bin nicht Drogensüchtig. Ich habe weder in meinem ganzen Leben einen Joint geraucht, weder habe ich noch Kokain durch irgendwelche Körperöffnungen konsumiert oder irgendwelche Spritzen in meine Arterien hineingespritzt. Was ich gemacht habe ist natürlich Alkohol, aber wer hat das denn nicht gemacht? Ich denke mal, das ist ja noch harmlos. So, wie heißt du? Mein Name ist Florian. Das ist mein ursprünglicher Name, aber nenn mich doch einfach Flo und viele schreiben mich auch immer mit YouTube Gamescom an, aber schreibt mich einfach mit Flo an, dann passt das. Da ist das kurz, da muss man nicht immer YouTube Gamescom, das dauert ja ewig, Leute. Alter, seid ihr ewig dran, also das will ich euch wirklich nicht zumuten. F-L-O, dann ist alles cool. Yo, was gibt es denn noch zu sagen? Wo wohnst du? Das ist auch eine blöde Frage. Wo wohnst du? Ja, wo wohne ich wohl? In einem Haus? Das werde ich euch nicht so verraten. Ich sag mal so, ich wohne im Schwarzwald irgendwo, tief im schönen Schwarzwald in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Wer mich treffen will, der kann sich immer noch hier, kann mich anschreiben. Also ich habe kein Problem damit, meine Abonnenten auch zu treffen. Hast du Skype? Ja, ich habe Skype, aber eigentlich bin ich immer zu faul, um in Skype zu gehen, weil, ja, entweder liege ich hier im Bett und chill ein bisschen oder ich zocke. Und da ist mir einfach Skype ein bisschen zu blöde, weil Skype ist nicht so für mich. Also ich habe zwar Skype, aber ich nutze Skype gar nicht. Was machst du eigentlich beruflich? Ich bin Koch von Beruf, hätte das gedacht. Ich bin Koch, mache ein paar Brötchen so, mache ein bisschen Pferdegulasch. Ich kann alles kochen, was du willst. Einfach mal Bescheid sagen. Ich koche dir richtig geile Gerichte, wenn du willst. So ein lecker Süppchen mit lecker Speckmantel und Froschschenkelauflauf. Lecker schmecker. Guckt euch das mal an. Das ist so ein Camora. Ein 14 zu 1, Mann. Oh ja, geil. Ich liebe das, Leute. Mann, ich habe echt die Bruthitze hier. Ich kann hier schon Eier hier, Eier brüten hier, schon eine kleine Kükenfarm hier aufbauen, weil in meinem Zimmer ist es so warm, Leute. Also, warm ist kein Ausdruck mehr. Ich nenne es mal 38 Grad habe ich hier drin in meiner kleinen Zockerbude, weil mein Fernseher wärmt auf, mein Laptop wärmt auf und meine PS3 gibt Wärme ab. Und das mit allem gibt es einen richtigen Brutschrank. So, komm, haut den Gegner weg. Hau den Gegner weg, Don Camora. Yo, was ist denn jetzt los? Oh, jetzt muss er was machen. Ja, jetzt hat er die KAP 40 am Start. Wow, geil. Ja, das waren jetzt eigentlich die Fragen, die ich so sagen wollte. Ich denke mal, ich habe das Wichtigste gesagt. Ach ja, ich bin übrigens nicht homosexuell für die Leute, die jetzt hier sich Hoffnung gemacht haben. Nein, ich bin nicht schwul. Ich stehe auf Frauen. Genau. Ob fest oder dick oder dünn, ob schwarz oder weiß, das ist mir eigentlich alles egal, Leute. Höchstens der Charakter stimmt und das ist doch wichtig. Und ich sage es und mit Schau, bis zum nächsten Mal. Das war das geile Gameplay von Don Camora. Ich glaube, er ist da unten auch nochmal in meiner Playstation-PSN-Freundesliste. Grand Theft Auto 5 noch 43 Tage. Wir können gespannt sein, was darauf, was passieren wird. GTA 5 wird auf jeden Fall geil, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Ciao. Base Charm. Red Bull. Yeah.